Grüß euch! Wir sind Liesl und Liesl. Wir haben ja gehört, dass wir bei euch auf den Gründerpreis spielen sollen. Dann haben wir gedacht, scheiße, lauter Preisen, lauter Gründerpreisen überall. Aber dann haben wir gelernt, das ist der bayerische Gründerpreis, hat also nichts mit Preisen zu tun. Vielleicht sind ein paar anwesend, aber da sind wir schließlich tolerant, gell? Also, was Gesteinzeln sind, das wisst ihr ja, oder? Gesteinzeln, das sind versförmige Räume in bayerischer Sprache. Also quasi bayerischer Rap. Yes. Und nach jedem so einem Gesteinzeln kommt der Refrain. Den können dann alle Leute mitsingen. Müssen. Ja, müssen. Und der Text ist in dem Fall, holla di ria, holla di roh, so heiß wie hier ist der Preis nirgendwo. Der Preis. Also, packen wir es dir nicht an. Können wir es an. Holla di ria, holla di roh, so heiß wie hier ist der Preis nirgendwo. Wenig Business, viel Plan, wenig Geld, viel Idee, wenig Schlaf, viel Kaffee, weil das Gründen ist schön. Holla di ria, holla di roh, so heiß wie hier ist der Preis nirgendwo. Die bayerische Wirtschaft, die ist für Deutschland das A und O. Weil so viel Umsatz wie das Hofbreihaus macht sonst keiner irgendwo. Holla di ria, holla di roh, so heiß wie hier ist der Preis nirgendwo. Heller wie der Energiesparwirn, leuchtet euer teures Gründerhirn. Zur Entspannung empfehlen wir ein Schluck bayerisches Bier. Holla di ria, holla di roh, so heiß wie hier ist der Preis nirgendwo. Grüß dich Gott, Michi. Der Herr sei mit dir. Lass uns bei dir singen und bring uns ein Bier. Gäh? Gäh? Gesいい? Cm. Schrapp ricke? Ich bin immer über das Gründer, bin ich sehr hoch,